So, jetzt reicht's mir. Du bist schon so groß und machst immer noch ins Bett. Jetzt mache ich aus dir ein Plastik-Baby. Ich werde dich jetzt komplett in Plastik höhen. So, als erstes zieh mal dir ein Plastik-Body an. Schau mal, wie schön der knistert. So, dann eine Plastik-Hose. Alles raschelt schön. Ein Plastik-Pullover. Das ist komplett Bettnässer-Kleidung. So, Plastik-Schuhe. Plastik-Handschuhe. Und ein Plastik-Häubchen für den Kleinen. Jetzt ist der Bettnässer gut eingepackt. Kannst du schön in deinem eigenen Saft schwitzen und schmoren. Und das raschelt so schön. Jeder, der dich hört, wird wissen, dass du eine Windel trägst und ein kleiner Bettnässer bist. Ah, das ist toll. Wie schön das raschelt.